Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute wird nicht viel geredet, heute könnt ihr euch was anhören und zwar den Originalton einer Renault Zoe beim normalen Stadtverkehr. Ja, wieso nicht? Dachte ich mir, ich bin hier nur ein Stückchen unterwegs. Hört es euch gerne mal an. Wer mehr Informatives hören, sehen und wissen will, der schaut in meine Playlist Elektromobilität. Ich verlinke die euch hier unter diesem Video. Dort gibt es eine ganze ganze Menge mehr. Zur Renault Zoe natürlich und zum Dacia Spring und zu anderen E-Autos und zu E-Scootern und und und. Ich denke, kann interessant sein für viele und von daher schaut gerne mal rein. Und hier geht es jetzt mit dem Original-Sound weiter, der Renault Zoe im Stadtverkehr. Ja, hier läuft schon Fußgänger bei Rot. Sehr gut. So, jetzt bin ich still. Dann geht's euch wieder. t Jetzt wünsche euch also jetzt ein bisschen, wenn ihr wieder habt, der Spell ist richtig separatkar. Jetzt bin ich so, es würdet euch ähnter Kainab, aber natürlich leider Aber eigentlich war es scheinbar, wenn ich richtig, geredet habe. So poi gibt es auch schon mal, wir können jetzt auch nicht zu Angst, sondern übers gezogen. Oderbert wurde auchrer nach, weil wir kingited aus derlet asc sa � הב Sindhomie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020